Wie lang haben Sie noch zu leben, wenn Sie heute 20 Jahre alt sind, wenn Sie 50 Jahre alt sind oder wenn Sie 70 Jahre alt sind? Denn wenn Sie 70 Jahre alt ist, ist es schon wichtig zu erfahren, ob Sie etwa noch 10 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre lang zu leben haben. Vor allem ist aber die Frage, wie lang leben Neugeborene heute im Lebensalter Null? Denn das ist die sogenannte Lebenserwartung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Die Lebenserwartung schafft ja eine Erwartungshaltung, wie der Name schon ausdrückt, dass wir erwarten, heute wird jeder Mensch praktisch 70 Jahre alt oder 80 Jahre alt. Aber trifft das auch wirklich zu? Und was ist mit den Menschen, die vorher sterben, in früheren Altersstufen? Auch das passiert da leider nun mal auch. Und auch die Frage ist die, wie hat sich die Lebenserwartung in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt, in Europa, in Afrika, in Asien. Bleiben Sie dran! Herzlich Willkommen zum Videokanal Soziodemografische Revolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute geht es um eine besonders positive Entwicklung, nämlich um den Anstieg der Lebenserwartung, beziehungsweise die Berechnung der Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung ist eine sehr komplexe statistische Größe, die durchaus nicht so einfach zu berechnen ist, wie Sie es gerne anhören lässt. Denn es ist eine sehr umfangreiche Berechnung mit über 100 Variablen. Denn über 100 altersspezifische Sterberaten müssen eingefügt werden und einberechnet werden. Die altersspezifische Sterberate ist erstmal der ganz grundlegende Begriff. Und altersspezifische Sterberate ist der zentrale Begriff, den es hier geht. Und dieser Begriff sagt also aus, wie viele Personen einer bestimmten Altersstufe sterben auf 1.000 oder auf 100.000 für eine Million Einwohner. Also der Prozent- oder Promillebereich oder meistens noch ein sehr viel kleinerer Bereich drin. Recht hoch ist der Wert zum Beispiel bei den 90-Jährigen. Bei den 90-Jährigen kann man zum Beispiel sagen, jeder dritte 90-Jährige 0,33, 33% der 90-Jährigen werden nicht 91 Jahre alt, sondern versterben in diesem Jahr. Oder wir sagen, bei den Frauen sind das 0,25, 25%. Das heißt also, diese altersspezifische Sterberate wird in aller Regel nach Männlein und Weiblein differenziert betrachtet. So dass man auch in aller Regel eine differenzierte Lebenserwartung nach Männlein und Weiblein hat. Also Frauen eine andere Lebenserwartung haben als Männer. Die altersspezifische Sterberate ist also der Anteil der Verstorbenen an so und so viele Personen der entsprechenden Altersgruppe pro Geschlecht. Und ich trage mal hier die aktuellen Werte für die Sterbetafel 2017-2019 ein. Und Sie sehen also, dass hier die Sterblichkeit, die Sterbewahrscheinlichkeit im Alter drastisch zunimmt. Dass gerade nach dieser Skalierung, wie Sie am rechten Rand haben, nach der arithmetischen Skalierung, also praktisch nur die sehr Alten ein sehr hohes Sterberisiko haben, die Jungen ein sehr geringes Sterberisiko haben. Das Ganze ist ein bisschen verzerrt und man kann es schlecht bei den jungen Jahren auch differenzieren. Und deswegen fühle ich am linken Rand hier nochmal die logarithmische Skalierung ein. Dass man also hier am linken Rand wirklich diese Werte etwas aufgedröselt hat, unten und oben etwas zusammengestaucht hat. Weil die logarithmische Skalierung ja hier am linken Rand jetzt multiplikativ funktioniert. Das heißt also, dieselben Abstände sind ein bestimmter multiplikativer Faktor und keine Addition mehr. Und das hat zur Folge, dass wir also die unteren Jahrgänge oder die niedrigen Jahrgänge Stufen, Alterstufen hier besser vergleichen können. Und auch hier können wir erkennen, dass praktisch schon ab dem 10. Lebensjahr die Sterblichkeitsrate von Jahr zu Jahr, von Lebensjahr zu Jahr weiter ansteigt. Also, da es natürlich sehr kompliziert wäre, jetzt die Lebenserwartung aus 101 verschiedenen altersspezifischen Sterberaten zu rechnen. Wir bräuchten ja für jede Altersstufe zwischen 0 und 101 eine eigene Rate. Deswegen gehe ich mal von Homo sapiens jetzt weg und denke mir mal eine eigene Nagetierart aus, mal fiktiv, wo wir mit 9 oder 10 verschiedenen Altersstufen auskommen, die ich hier mal ganz links eingetragen habe. Und ich ordne denen jetzt eine ausgedachte altersspezifische Sterberate jeweils zu. Das hängt also an mit 5%, 0,05, gehen dann auf 2% runter, 2% zum ersten und zweiten Lebensjahr und steigert sich dann auf 8%, 15%, 20% und so weiter und so fort. Und mit 9 Jahren, wie gesagt, hört das irgendwann auf, 10 Jahre wird also kein Nagetier mehr alt und das soll eben halt unsere Berechnungsgrundlage sein. Und nehmen wir mal 100 Nagetiere auf der zweiten Spalte an und lassen die ein Jahr lang der altersspezifischen Sterberate von 5% ausgesetzt sein. Das heißt, am Ende des Jahres werden 5 Nagetiere tot sein, sodass wir dann in einem weiteren Schritt im zweiten Lebensjahr, wenn die also schon ein Jahr alt sind, die Nagetiere, nur noch 95 Nagetiere nachhaben werden. Und die werden dann entsprechend der Sterblichkeitsrate von 0,02, also 2% ausgesetzt sein, sodass eben halt dort entsprechend, also hier 1,9 kann ich denn sterben werden. Diese Schritte vervollständigen wir dann für alle anderen Jahrgangsstufen auch, sodass wir hier gleich schon die ersten 4 Spalten eingetragen haben werden. Und Sie sehen schon, dass die Nagetiere im Laufe der Zeit sehr schnell leider sehr viel weniger werden, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Und wie gesagt, bei Menschen ist es nicht anders, natürlich nur mit sehr viel höheren Altersstufen. Und in der fünften Spalte ist die Zahl durch lebten Jahre wie folgt zu berechnen. Mal für die erste Zeile haben wir 100 Kaninchen am Anfang, 5 sterben. Aber die 5 Kaninchen sterben nicht am Jahresanfang alle und auch nicht am Jahresende, sondern im Schnitt etwa in der Jahresmitte, sodass wir den 100 durch lebten Jahren, die eigentlich alle Kaninchen durchleben müssten, oder durchleben würden, wenn keiner sterben würde, nicht 5 Jahre abziehen müssen, sondern nur 2,5 Jahre abziehen müssen. Also die Zahl der gestorbenen Kaninchen zur Hälfte wird von der Zahl 100 abgezogen und 4,97,5 durch lebte Jahre der ersten Zeile. Und für die dritte Zeile, sehen Sie es hier, kommt ein Wert von 89,376 raus. Sie können zu Hause nochmal genauer da nachrechnen, ob es wirklich stimmt. In der sechsten Spalte kommt dann die Zahl der zu durchlebenden Jahre runter. Und jetzt müssen die Summe aus allen in der fünften Spalte durch lebten Jahre zusammenrechnen. Also wenn Sie die durch lebenden Jahre der sechsten Spalte, müssen Sie alle Werte der fünften Spalte zusammenrechnen. Sie kommen auf diesen hier genannten Wert von 537 Jahren. Und wenn Sie das für die anderen Altersstufen berechnen wollen, zum Beispiel für die Lebensstufe nach dem vierten Geburtstag, dann müssen Sie also von dort erst beginnen, runterzurechnen, aber immer bis ganz nach unten herunter. Und das ist der Grund, warum ich jetzt diese Nagetiere gewählt habe und nicht den Menschen. Dann müssen Sie immer 100 Werte zusammenrechnen, das wäre sehr unübersichtlich, um so immer nur einige wenige zusammen zu addieren. Und kommen zur Zahl der zu durchlebenden Jahre, die ab einer bestimmten Altersstufe noch zu durchleben sind. Und jetzt ganz einfach, Sie müssen am Schluss in der letzten Spalte bei der Lebenserwartung nur noch dividieren, nämlich die Zahl der noch zu durchlebenden Jahre, 537, durch die 100 am Anfang noch vorhandenen Nagetiere und kommen dann pro Nagetier auf eine Lebenserwartung von 5,37 Jahren. Und das können Sie für die anderen Altersstufen entsprechend auch machen. Sie müssen dann nur im Nenner eben halt jetzt nicht die 100 Nagetiere ansetzen und die entsprechend geringer werdende Zahl von Nagetieren. Auch dann kommen Sie auf die restliche Lebenserwartung pro Altersstufe. Und nun wollen wir das Ganze einmal für Deutschland ausgerechnet haben. Zumindest das Ergebnis, man nimmt immer dann drei Jahre zusammen, hier 2017 bis 2019, damit auch die Grippewellen sich gegenseitig einigermaßen ausgleichen. Und wir kommen nach dieser Berechnung auf eine Lebenserwartung in Deutschland für Männer für 78,6 Jahre und für Frauen für 83,3 Jahre. Aber nicht immer war die Lebenserwartung so hoch und vor allen Dingen war sie in einigen Orten früher noch erheblich niedriger. Noch um 1960 herum war die Lebenserwartung ja in weiten Teilen Afrikas, aber auch Lateinamerikas und auch Südasiens und Ostasiens sehr, sehr niedrig, wie Sie erkennen können, haben eine sehr niedrige Lebenserwartung. Und erst im Laufe der Zeit kommt die globale Entwicklung dann ins Gange. Und erst nach und nach werden dann diese schwächeren Länder dann eine höhere Lebenserwartung entwickeln. Also Lateinamerika ist 1960 noch schwach, Asien ist schwach und erst vor allen Dingen die Industriestaaten, Europas, Nordamerikas, Ozeaniens, aber auch des Ostblocks, haben hier schon eine hohe Lebenserwartung um 1970 herum. 20 Jahre später, 1980 herum, sind wir schon ein ganz enormer Fortschritt auf dem Planeten. Zumindest in Ostasien, China, ein enormer Anstieg der Lebenserwartung. Auch Lateinamerika hat enorm zugelegt, noch relativ schwach bleiben, allerdings Schwarzafrika, der Orient und auch Südasien, Indien, bleiben hier relativ niedriger Lebenserwartung. Aber auch hier ist ein gewisser Fortschritt durchaus feststellbar. Und das sehen wir uns hier im Einzelnen nochmal ganz kurz, wenn wir da die Blickwinkel werfen nach Lateinamerika und dann eben halt über Ozeanien dann weitergehen, Richtung anderer Staaten, also Richtung Asien. Auch dort, wie gesagt, ist die Lebenserwartung in Ostasien gekommen, in anderen Staaten ist sie noch relativ schwach ausgeprägt. Und wie gesagt, Schwarzafrika bildet hier das Schlusslicht, Afrika südlich der Sahara. Weitere 20 Jahre später, im Jahr 2000, darum haben wir erneut wieder einen enormen Schub in der Lebenserwartung. Natürlich weitergehend auch in Industriestaaten, in Europa, in Nordamerika, in Russland einen gewissen Abfall durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, aber auch in Ozeanien weiterer Anstieg. China, Japan natürlich weiterer Anstieg. Japan hat längst die höchste Lebenserwartung der Welt. Und auch Südasien und Orient jetzt mit einem enormen Schub nach oben, ebenso Lateinamerika. Und insofern bleiben nur einige schwach entwickelte Staaten in Asien hier zurück. Also Afghanistan spielt eine so unrühmliche Rolle auch die Mongolei mit einer relativ niedrigen Lebenserwartung. Aber das große Sorgenkind bleibt hier zur Jahrtausendwende Afrika, südliche Sahara. Und sie haben ja durchaus nur einen sehr geringen Anstieg der Lebenserwartung in den letzten 20 Jahren gesehen, beziehungsweise teilweise sogar einen Rückgang der Lebenserwartung, was sehr eng mit der Aids-Epidemie zusammenhängt, die damals den Kontinent sehr stark getroffen hatte. Und so zu einer erheblichen Reduktion der Lebenserwartung in einigen Staaten sogar beigetragen hat. Von daher, wie gesagt, ist das also hier das große Sorgenkind gewesen zum Millennium hin. Aber die generelle Einung zum Millennium war ja der, dass die Lebenserwartung doch global weiter am Kommen war und es der Fortschritt in anderen Staaten auf der Welt nur eine Frage der Zeit war. Und jetzt, number round about 20 Jahre, kurz vorm Jahr 2020, 2018 herum, haben wir also hier einen weiteren globalen Anstieg der Lebenserwartung. Europa leuchtet jetzt weitestgehend lila, zumindest Westeuropa leuchtet lila, dem also die 80er-Grenze überschritten, wobei der Wert jetzt hier immer die gemischte Lebenserwartung aus Männern und Frauen gleichermaßen Mittel angibt. Sofern also hier ist das überschreitende 80er-Marke kein großes Wunder mehr. Japan natürlich nach wie vor vorne, aber auch Kanada mit einer sehr hohen Lebenserwartung. Und generell haben viele Staaten auf diesem Planeten die 70er, auch teilweise die 75er-Marke längst überschritten. Und es ist auf einer sehr guten Entwicklung, dass hier die Lebenserwartung zur Freude aller Menschen weiter angestiegen ist. Und das Positivste an dieser Entwicklung ist ja auch die Entwicklung in Afrika, Südie Sahara, in Schwarzafrika. Auch hier haben wir nach wie vor zwar eine relativ niedrige Lebenserwartung, aber wir merken doch, auch hier ist trotz Aids und trotz aller Armutssorgen die Lebenserwartung gestiegen in den letzten 20 Jahren, seit dem Millennium. Und dass wir also hier schon erkennen können, dass auch hier die Lebenserwartung vermutlich in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen wird und vielleicht allmählich den Anschluss an den Rest der Welt finden wird. Und das ist eine ganz positive Entwicklung generell für den gesamten Planeten. Auch Deutschland war in der Lage, seine Lebenserwartung über 80 zu bringen, also den Mittelwert aus Männern und Frauen hier zusammengerechnet. Das ist also eine ganz, ganz positive Entwicklung. Das heißt also, heute hat sich die Lebenserwartung im Vergleich zu einer Zeit vor 150 oder 200 Jahren mehr als verdoppelt roundabout, sodass heute der Lebenserwartung oder der Begriff Lebenserwartung einen ganz anderen Sinn hat. Wir erwarten nämlich tatsächlich, dass wir alle oder sehr viele von uns 60, 70, vielleicht 80 Jahre und noch mehr alt werden. Allerdings werden am Ende doch alle sterben müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist also klar, wer heute dann 70 oder 80 Jahre alt geworden ist bereits, der hat nicht weitere 80 Jahre vor sich. Der wird eben halt innerhalb von wenigen Jahren, vielleicht zehn Jahren oder Sie können die Werte ja hier anschauen, wird eben halt dann doch eben halt leider sterben müssen. Das heißt also, wenn wir einige Jahre, einige Jahrzehnte durchlebt haben, verlängert sich also die Lebenserwartung nicht automatisch um die entsprechende Zahl von Jahren, sondern sie verkürzt sich natürlich entsprechend, sodass die restliche Lebenserwartung dann im hohen Alter doch sehr viel deutlich niedriger ist. Das heißt, die Lebenserwartung ist das Ergebnis der altersspezifischen Sterberaten, die mittels der Sterbetafel dann verrechnet werden. Und insgesamt haben wir ja gesehen, die altersspezifischen Sterberaten gehen zurück und die Lebenserwartung wächst in fast allen Staaten in den letzten 200 Jahren an, zu sehr hohen Werten, die vor 200 Jahren, 100 Jahren auch völlig undenkbar gewesen waren. Und deswegen auch das Schlusswort dieser positiven Entwicklung. Wir leben natürlich sehr viele von Ihnen sehr lang, aber wir können auch Perspektive ein bisschen denken und überlegen, wie wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten weitergehen, wie die Lebenserwartung weiter ansteigen. Vieles spricht dafür, aber die aktuelle Covid-Corona-Krise macht auch deutlich, dass die Lebenserwartung ein wenig auch gedämpft werden kann, gedeckelt werden kann und vielleicht sogar ein bisschen auch zurückgehen kann. Davon werde ich in den nächsten Folgen noch genauer berichten. Bis dahin, leben Sie nicht nur lang, was viele von Ihnen tun werden, sondern bleiben Sie auch gesund und bauen Sie etwas auf.